Herzlich Willkommen bei Aktien im Fokus. Eine Woche nach den Nvidia-Zahlen ist es soweit, dass wir da auch nochmal genau nachschauen. Was hat sich seitdem getan? Wie sind die Zahlen am Markt nachhaltig interpretiert worden? Und was kann man aus den Zahlen rauslesen für die Zukunft? Das ist unser spezieller Blick zusammen mit dem Roland Jägen nach dem Interview. Willkommen Roland, hallo. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Wir nehmen uns heute die Nvidia vor. Ich weiß, die Zahlen liegen eine Woche zurück, aber mit diesem zeitlichen Abstand kann man das Ganze nochmal ein bisschen objektiver sich anschauen, oder? Genau, da kann man die erste Reaktion auch vielleicht etwas besser einordnen und wir schauen trotzdem nochmal kurz auf die Zahlen und dann auch schon den Ausblick für das nächste Quartal. Bei Nvidia gibt es so viel zu den Produkten zu erzählen, da muss man sich immer was rausgreifen. Das haben wir auch getan zu den Quartalzahlen jeweils. Also bitte in der Playlist nochmal reinstöbern zu den älteren Nvidia-Formaten. Wo es immer eine Kernidee gab, über die wir gesprochen haben und ein paar Fakten zur Firmengeschichte sind wir trotzdem schuldig, denn die Firma gibt es ja mittlerweile schon jetzt im 24. Jahr an der Nestlec. Genau, das hat durchaus schon eine große Historie. Das Unternehmen ist sicherlich weiterhin der größte Entwickler von Grafikprozessoren und auch Chipsets für PCs, für Server und Spielekonsolen und man weitert das Angebot natürlich immer weiter aus. KI ist ein großes Thema aktuell, da ist man sicherlich führend in diesem Bereich, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Von daher ist das ein sehr wichtiger Impulsgeber, sowohl für Nvidia als auch natürlich für den ganzen Tech-Sektor. Wenn man nochmal kurz auf die Historie schaut, ist natürlich die erste Grafikkarte schon sehr, sehr lange her, 1995. Die hat sich auch nicht direkt durchgesetzt, es hat einige Jahre gedauert und dann kam aber doch recht schnell das Listing auch an der Nestlec entsprechend im Jahr 1999. Und seitdem hat Nvidia wirklich eine steile Karriere hier hingelegt. Im Jahr 2002 waren es schon 100 Millionen Chips, die verkauft worden sind und dann gab es nochmal so einen richtigen Hype letztendlich durch die Kryptowährung, durch das Bitcoin und Co-Mining, wo wirklich auch diese Prozessoren und diese Chips von Nvidia von vielen Minern hier auch genutzt worden sind. Das ist ein bisschen vom Anteil zurückgetreten geblieben ist, dass Privatanwender auf Nvidia vertrauen, im Gaming-Sektor beispielsweise oder auch bei anderen grafischen Anwendungen. Da ist das das Nonplusultra, der Marktanteil liegt da bei 80 Prozent mittlerweile und die Umsätze werden vor allem in den USA gemacht, also amerikanische Firma, die aber trotzdem global aufgestellt ist. Ja, man sieht durchaus hier, dass die Umsätze ja auch diversifiziert sind. Das größte Wachstum hat man ganz klar hier in den USA gehabt, aber man hat auch weiter einen sehr beträchtlichen, großen Marktanteilen in allen anderen Regionen der Welt. Ja, man hat immer wieder neue Ideen. Also das Mining war ja nur eine bahnbrechende Idee und es geht weiter. Wir hatten im letzten Video über das Thema Immobility berichtet, da ganz viele Automobilhersteller ja auch Kooperationen suchen im Bereich der Chips. Und da waren wir genauer auf BYD und Mercedes eingegangen. Das wollen wir heute nicht nochmal vertiefen, sondern nur den Hinweis geben, dass natürlich auch die Entwickler in der Firma global vernetzt sind und an den ganzen Themen wie zum Beispiel Smart Cities und so weiter arbeiten. Du hattest schon eingangs gesagt, es gab durchaus sehr eine positive Reaktion auf die Quartalzahlen. Und da das Unternehmen schon vor den Quartalzahlen über eine Billion an Marktkapitalisierung auf die Waage brachte, war es auch eine Art Short Squeeze letzten Endes. Ja, letztendlich gab es hier wirklich nochmal eine kurzzeitige Explosion auf der Oberseite. Man hat auch die runde Marke von 500 Dollar knacken können. Nicht lange, man wurde dann leicht abverkauft, aber es war wirklich eine erste sehr, sehr positive Reaktion. Wir bringen die Quartalzahlen auch nochmal mit in den Fokus. Und ich hatte im Vorfeld gedacht, boah, das sind schon hohe Erwartungen, wenn man bei den Umsätzen mal schaut, im Vergleich zum Vorquartal 25 Prozent Steigerung. Das sind so Jahressteigerungsraten. Hier reden wir vom Quartal. Und die wurden sogar nochmal übertroffen. Ja, da hat man wirklich enorm gute Zahlen hier hingelegt. Entsprechend 13,51 Milliarden US-Dollar entsprechend hier der Umsatz. Wenn man auf den Vorjahreszeitraum schaut, ist es dann eine Steigerung um mehr als 100 Prozent gewesen. Und insbesondere dieses Data-Center-Segment, das ja vor allem von den verkauften KI-Hardware-Produkten profitiert, ist um 171 Prozent hier entsprechend gestiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Da hatten auch die Analysten deutlich weniger erwartet. Und dann auch, wenn man auf den Gewinn schaut, der ist in der Tat noch stärker gestiegen als der Umsatz entsprechend. Der Nettogewinn ist um mehr als 400 Prozent gestiegen, also mehr als verfünffacht hat er sich auf 6,74 Milliarden Dollar und das entspricht dann 2,70 Dollar je Aktie. Und damit hat man wirklich hier seinen Gewinn je Aktie vervielfacht von 50 Cent je Aktie auf 2,70 Dollar. Bringen wir da nochmal eine Analogie zu den Zahlen aus dem Gesamtjahr 2022. So war der Quartalsgewinn größer als der gesamte Jahresgewinn vom letzten Jahr. Ja, das ist schon Wahnsinn und dementsprechend hat sich auch der CEO und Gründer Jens Nugang sehr positiv geäußert. Er hat sogar gesagt, eine neue Computer-Ära hat entsprechend jetzt begonnen, dass wirklich Unternehmen auf der ganzen Welt hin zu diesem beschleunigten Computing, hin zur generativen KI entsprechend aktuell diesen Wechsel beschleunigen. Und man hat viele neue Kooperationen geschlossen, hat er auch angekündigt, Partnerschaften mit wirklich den verschiedensten IT-Unternehmen, mit vielen großen Cloud-Dienstanbietern, die entsprechend diese Nvidia H100KI-Infrastruktur letztendlich hier auch erworben haben, um einfach die Cloud auch hier zukunftsfähig zu machen für alle KI-Anwendungen. Und ja, er sieht sich da sehr, sehr gut aufgestellt, sich und sein Unternehmen und hat dann am Ende nochmal gesagt, der Wettlauf um die Einführung generativer KI ist eröffnet und man sieht sich da wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Apropos Wettlauf, man sieht sich auf Augenhöhe mit Google, nicht nur bei der Marktkapitalisierung, sondern eben dann auch, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Also da ist man ziemlich stark aufgestiegen, was die Liga angeht, wäre das wie beim DFB-Pokal, vielleicht von der Landesliga eingangs bis hoch in die Champions League. Lassen Sie uns nochmal auf die Umsätze schauen. Wir hatten Gewinn und Umsatz schon besprochen und würden hier bei den Margen nennen. Die Margen wollte ich nochmal genauer anschauen. Genau, die ist nämlich extrem nach oben gegangen und die soll auch so hoch bleiben. Vielleicht da mal eine Analogie zu Intel. Intel hat in den letzten 32 Jahren, so lange gibt es eben die Nvidia-Firma schon, es im Hochpunkt geschafft, eine Marge von 32% zu erreichen. Nvidia ist jetzt schon bei über 40%. Das ist ja Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn, wenn man das hier auf Jahressicht halten konnte, kann und auch dann wirklich über die nächsten Jahre halten kann. Also 70% Marge in einem Quartal, da wird es nicht bei bleiben. Aber wenn man sich wirklich in diesen Bereichen einpendeln kann, im Bereich von circa 40% beziehungsweise knapp darüber, ist das natürlich eine phänomenal gute Zahl. Ja, du hattest gesagt, Data Center, Cloud Computing, das sind alles Themen, die wachsen und da werden auch dann die Margen bezahlt, weil die Unternehmen müssen ja letzten Endes hier aufrüsten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Da geht es gar nicht mehr um die kleinen Grafikkarten, die wir eingangs in den Laptops gezeigt haben. Also da geht es um ganz andere Geschäfte. Der Führer des Unternehmens, den hattest du ja auch schon mitbenannt, der preist das Unternehmen weiter an. Aber die Frage ist natürlich, ob dieser Höhenflug auch im Aktienkurs so weitergehen kann, denn die Aktie hat ja schon über 200% gelegt dieses Jahr. Ganz genau, die hat sich mehr als verdreifacht, ist sehr, sehr weit gelaufen und da muss man wirklich schauen, wie weit dieser KI-Trend dann auch führen kann. Es führt natürlich dazu, dass wirklich Rechenzentren, Betreiber auf der ganzen Welt aktuell in diese KI-taugliche Hardware investieren, wovon natürlich Nvidia einer der Hauptprofiteure aktuell zu sein scheint, aber die Konkurrenz schläft natürlich auch nicht. Da versuchen sich auch viele Konkurrenten in diesem Segment zu etablieren und ich denke, da kommen auch in den nächsten Monaten und Quartalen viele Konkurrenzprodukte auf den Markt, aber aktuell hat man da wirklich eine Vormachtstellung und die versucht man natürlich, soweit es möglich geht, hier auch auszunutzen. Und von daher, ich denke auch, dass Nvidia gute Quartale Vorsicht hat, aber ob das Wachstum wirklich so rasant weitergeht, wie es aktuell der Fall war, wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln. Ja, die Analysten zweifeln da erstmal gar nicht dran. In Mehrheit sind die optimistisch, da werden schon Kostziele von 650 und mehr durchgereicht. Zwischen Aufstocken und Kaufen variiert das Ganze. Also da ist niemand auf Reduzieren oder Verkaufen. Wenn ich mir das historisch anschaue, kriege ich fast schon ein bisschen an. Das auf jeden Fall. Die ersten sprechen sogar schon von 1.000 Dollar. Das sind zwar ein paar Ausnahmen, aber da hat man wirklich sehr ambitionierte Ziele. Zuletzt hat man die natürlich erreichen können. Auch die 500-Dollar-Marke, die wurde ja jetzt auch sehr zügig erreicht, muss man sagen, in den letzten drei Monaten nach den vorherigen Quartalszahlen. Aber es wird, denke ich, nicht immer so weitergehen. Ja, die Ziele sind sehr ambitioniert. Aktuell ist man ganz klar in einem Aufwärtstrend. Und wer die Aktie hat, es gibt noch keinen Grund, sicherlich diese zu verkaufen oder sich geschweige denn auf der Short-Seite zu positionieren. Aber irgendwann wird natürlich hier auch das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Können wir uns jetzt nochmal genau im Chartbild mit dir zusammen anschauen? Ja, schauen wir zunächst hier auch auf den Wochenchart. Hier sieht man wirklich diesen schönen Aufwärtstrend, der so richtig im Oktober des letzten Jahres gestartet ist und dann seit Beginn dieses Jahres dann wirklich hier Fahrt aufgenommen hat hin zu neuen Allzeithochs. Und wenn man dann etwas reinzoomt, auch in den Tagesschart, sieht man dann wirklich zum einen das große Gap nach den vorherigen Quartalszahlen, das nicht ansatzweise geschlossen werden konnte. Und dann wirklich hier eine Reihe von neuen Allzeithochs und zuletzt nochmal dann entsprechend vor einer Woche nach den Zahlen die magische Marke hier von 500 Dollar übersprungen. Es gab einen kleinen Rücksetzer dann auch zum Ende der letzten Woche hin und auch zu Beginn dieser Woche. Aber die Aktie konnte schon wieder auch gestern hier ranlaufen an die 500-Dollar-Marke und jetzt muss man schauen, ob da vielleicht sogar nochmal neue Allzeithochs winken. Ja, man ist im steilen Aufwärtstrend. Das sieht man hier auch an den gleitenden Durchschnitten, die die bullische Anordnung haben. Auf der einen Seite aber auch sehr steil aufwärts gerichtet sind. Auf diesen hohen Niveaus möchte man sicherlich nicht einsteigen. Sollte die Aktie doch etwas weiter konsolidieren, ist, denke ich, die Marke von ca. 410 Dollar hier sehr, sehr wichtig. Die wurde mehrmals getestet. Ich denke, wenn der 100-Tage-Durchschnitt auch noch in diesen Bereich kommt und wir eine Konsolidierung sehen, ist das sicherlich eine Marke, auf die viele Investoren schauen werden, um vielleicht hier nochmal nachzukaufen oder auch Einstiege zu suchen, wer vielleicht den Trend verpasst hat. Ansonsten, ja, wer entsprechend positioniert ist, zieht vielleicht die Stops hier perspektivisch nach und versucht dann immer mal wieder Gewinne mitzunehmen. Es ist eine interessante Aktie in einem sehr steilen Aufwärtstrend und die werden wir weiterhin hier auch regelmäßig updaten und interessiert verfolgen. Während wir so über diese eine Aktie plaudern, hast du gleich noch so ein paar Money-Management-Regeln hier mit uns rübergebracht über den Kanal, nämlich Gewinne laufen lassen und beim Momentum Aktien dabei bleiben. Genau, da sollte man dabei bleiben. Man kann auch hoch einsteigen und dann noch höher entsprechend aussteigen. Also man muss nicht versuchen, immer ins fallende Messer zu greifen, sondern so eine schöne Aktie im Aufwärtstrend kann man dann auch mal über einen längeren Zeitraum erhalten und dann wirklich versuchen, das Bestmögliche auch daraus herauszunehmen. Ja, genau, das hat der Chart gezeigt. Und wenn wir das immer mal wieder wiederholen, dann verfestigt es sich ja auch bei jedem Zuschauer, jeder Zuschauerin und jeder darf gespannt sein auf die kommenden Aktien, die wir diskutieren. Vielen Dank an dich, Roland Jägen, bis bald. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.